Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge über Geschnappt auf EFTV. In unseren ersten beiden Sendungen hatten wir uns mit politischen und journalistischen Demonstrationen der Macht beschäftigt. Es ging um Gesten der Siegesgewissheit und des Unterwerfungswillens gegenüber Andersdenkenden. Die Botschaften in den beiden ersten Beispielen waren eindeutig. Heute wollen wir uns eine besonders leise, ja scheinbar beiläufig daherkommende Technik in diesem selben Spiel anschauen. Vermeintlich geht es um schlichte Boulevardnachrichten. Tatsächlich haben wir es auch hier mit totalitären Drohgebärden zu tun. Unser Beispiel heute heißt Deina Morales. Deina Morales ist 22 Jahre alt. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Restaurant Gallup Asian Bistro in Bridgewater im US-Bundesstaat New Jersey. Am Mittwoch letzter Woche wurde ihr das Trinkgeld von einer Familie verweigert, weil, so schrieben es die Kunden auf die Rechnung, ihnen der Lebensstil der Kellnerin, die offenbar lesbig aussah und auch ist, nicht gefalle. Nun ist es in den USA weit mehr noch als in Deutschland üblich, Trinkgeld zur Rechnung hinzuzuaddieren. Oft erhalten die Kellner vom Restaurant selbst keinen oder nur einen sehr geringen Pauschallohn, 15% Trinkgeld, häufig sogar mehr, sind deshalb üblich und eigentlich hält sich jeder daran. Insofern ist das Verhalten dieser Kunden gegenüber der Kellnerin Deina Morales tatsächlich eine Frechheit, ja eine Unverschämtheit. Und Deina Morales, eine womöglich doch auch ganz nette Kellnerin, ärgerte sich mit Recht über die Kunden und veröffentlichte den beschriebenen Kassenbon auf Facebook. Dort erhielt sie sehr viel Unterstützung und Trost. So weit, so gut und so richtig. Wo ist also das Problem? Das Problem ist, dass wir es mit einer zwischenmenschlichen Frechheit und Unverschämtheit gegenüber Deina Morales zu tun hatten, wie wir sie überall millionenfach täglich auf der Welt beobachten können. Sie und ich in Deutschland aber kennen seit ein paar Tagen Deina Morales, weil die deutschen Medien, fast alle deutschen Medien über die Welt Nachricht des Tages aus dem Gallup Asian Bistro in Bridgewater, New Jersey, berichtet haben. Deina Morales wurde das Trinkgeld verweigert. In Bridgewater, auf der Bundesstraße 202. Im Gallup Asian Bistro melden in Deutschland der Spiegel, die Süddeutsche der Welt und all die anderen üblichen Verdächtigen. Aus Bridgewater. Tatfoto, Kassenbon. Der Punkt ist, hätten die deutschen Medien auch über Deina Morales berichtet, wenn sie zum Beispiel eine nicht-lesbische Kellnerin wäre, die von einem Kunden beleidigt wurde. Auch das kommt millionenfach täglich, überall auf der Welt vor. Nein, sie hätten mit Sicherheit keine Silbe darüber berichtet. Natürlich nicht. Es gibt nämlich wieder einmal gute und böse Opfer. Und manchmal sind per se die Guten so überaus gut, dass selbst der lächerlichste lokale Vorfall zur Weltnachricht hochgepinnt wird. Nur weil, ja warum eigentlich? Der Grund scheint mir ist derselbe wie in unserem letzten Beispiel mit dem katholischen Bischof. Es geht gar nicht um die Nachricht selbst. Es geht auch nicht um Deina Morales, die hier genauso von den Medien nur ausgenutzt wird, wie die Familie, über die sie sich mit Recht aufgeregt hat. Tatsächlich geht es um die Belehrung des Publikums. Um die Belehrung von Ihnen, meine Damen und Herren. In jeder Gesellschaft gibt es Tabus und natürliche Autoritäten. Früher waren das in unserem Kulturkreis zum Beispiel Adelige oder Geistliche. Jene also, gegen die heute Pressekampagnen gerne gefahren werden, um diese alten Autoritäten noch tiefer zu stürzen. Und umgekehrt wurden an ihrer Stelle neue Tabus errichtet und neue Autoritäten unangreifbar gemacht. Heute sind allerdings nicht mehr gesellschaftliche Positionen tabu, sondern ganze Bevölkerungsgruppen. Durch die Auswahl der Nachrichten und durch viele andere solcher scheinbar nebensächlichen Hinweise erfahren wir, dass wir uns durchaus im Alltag unverschämt und frech benehmen dürfen, nur eben nicht gegenüber jedem. Einem Bayern-Fan, einem Schalke-Fan dürfen wir durchaus mal verhöhnen oder einen katholischen Priester oder eine Kellnerin oder eine katholische Kellnerin, die Bayern-Fan ist. Nur darf diese Kellnerin nicht lesbisch sein. Das ist tabu. Wenn wir sie dennoch beleidigen, dann stehen wir vor der gesamten Weltpresse am Pranger. Wagt es also ja nicht. Dass ein gigantisches Umerziehungsprogramm bei einer solchen verrückten Nachrichtenauswahl dahinter steckt, ist ja eigentlich auch unstrittig und wird auch mehr oder weniger zugegeben. Die Losungen lauten Political Correctness und Gender Mainstreaming. Die UNO lässt grüßen. Nicht zufällig lesen wir zeitgleich in den Berichten, neben den Berichten aus dem Gallup Asian Bistro in Bridgewater, auch von einem Schwesternstreit im Hause Cheney. Natürlich ist sich auch hier die Presse in Deutschland völlig einig, wer die gute und wer die böse Schwester Cheney ist. Dieser früher nur aus kommunistischen Staaten bekannte totale Gleichschaltung in allen Medien, die ist das eigentliche Problem. Nichts spreche dagegen, wenn etwa die Frankfurter Allgemeine oder die Zürcher Zeitung, Neuzürcher Zeitung über den Kassenbon aus Bridgewater berichten würden. Diese beiden Zeitungen taten es übrigens gerade nicht. Problematisch ist, wenn ansonsten die gesamte deutschsprachige Presse einen solchen alltäglichen Vorfall zur Weltnachricht aufbauscht, wenn offenbar jeder Redakteur an dieser Stelle richtigerweise ahnt, dass solche eine Nichtnachricht heutzutage von ihm erwartet wird, aus erzieherischen Gründen nämlich. Und alle machen mit, weltweit, außer vielleicht der Papst in Rom oder der russische Präsident oder eine kleine, halbwegs feine, strunzliberale Zeitschrift aus dem Rheinland. Unser britischer Freund und Autor Theodore Delrimple alias Anthony Daniels sagt, politische Korrektheit ist kommunistische Propaganda im Kleinen. Delrimple fand bei seinen Studien der kommunistischen Gesellschaften nämlich heraus, dass es nicht das Ziel kommunistischer Propaganda war, zu überzeugen. Ziel war es vielmehr zu demütigen. Deshalb galt, so Delrimple, je weniger die Propaganda mit der Realität übereinstimmt, desto besser. Oder eben, je weniger internationale Nachrichten einen internationalen Nachrichtenwert haben, desto besser. Die gute Cheney, Mary, erklärte, dass sie mit ihrer Schwester Liz, der Bösen, nicht etwa eine Meinungsverschiedenheit in Sachen Homo-Ehe habe, wie diese behauptet. Nein, das, was Liz dazu meint, sei keine Meinung, sondern schlicht völlig daneben. Und wörtlich, über die Medien, Liz, du liegst falsch und du bist auf der falschen Seite der Geschichte. Nun haben sich in Deutschland vor vielen Jahrzehnten auch schon mal Menschen auf der richtigen Seite der Geschichte gewusst. Später, so Anfang der 80er, glaubten hierzulande auch mal die Pädophilen von sich, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Wer heute unangreifbar ist, wird morgen gerne besonders verschmäht. Das war schon immer so. Oder wie unser Hausphilosoph Nicolás Gómez Dávila sagt, der veraltete Konformismus ist das Ärgernis des herrschenden Konformismus. Insofern, Deiner Morales hatte alles Recht der Welt, sich über die Unverschämtheit ihrer Kunden aufzuregen. Aber ihre international scheinbaren Freunde tun Deiner Morales keinen Gefallen, jetzt so dick aufzutragen. Sie sollten sich gerade im Interesse von Deiner Morales und vielen anderen Betroffenen mäßigen und diejenigen zurückpfeifen, die hier am Ende auf deren Kosten eine zeitweilig totalitäre Gleichschaltung betreiben möchten. Meine Damen und Herren, im Namen der Freiheit. Das war wieder einmal die Sendung übergeschnappt für Eigentümlich Frei in Ton und Bild. André Lichtschlag, EFTV. Dankeschön.